Wie finden Sie denn das Corona, wenn wir so miteinander arbeiten müssen, per Videokonferenz, wie Sie das nennen? Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es... Wie haben Sie es lieber? Ja, wenn man sich an die Augen schaut. 16.23. Sie essen es? 3.60 Franken? Nein. 43 Franken, von was ist das? 73 Franken. Ah, 70. Ja, jetzt sehe ich es. Für was ist das? Für die Steuern machen. Für die Steuern machen. Okay, dann müssen wir auch aufs Beigelein Rechnungen. Danke. Also, dann kann ich das schon einigen bei der Ergänzungsleistung machen. Ja, dann schreiben Sie aber noch drauf an Ergänzungsleistung gesendet. Wo? Auf unsere Kopie, also auf das, was wir behalten. Auf das Original? Ja. Ich kann das vorderen. Also dort, wo eBay steht? Ja, dort gehe ich rein. Okay, gehen Sie noch eins rein. Wie viel gibt es das? Ich sage es Ihnen von Anfang an. 9.6 und dann 40 Franken. 9.6.40. 10.6. Darf ich einen Gesamtblick haben vom Kühlschrank? Sie müssen ein wenig in die Knie gehen, sonst sehe ich nur die Fräure. Okay, Eier. Und das die, die Sie gemahlen haben, hier ausstehen? Ja. Darf sie immer noch mit Ihren Eltern zusammen essen? Nein, nicht. Aber ich meine, bringt Ihre Mutter immer noch das Essen zu Ihnen runter? Nein, nicht. Nein, nicht. No, nicht. Ich sage es Ihnen mal nach kayak, aber ich bin der Knie. Ich denke, es geht durch die Knie. Nichts, die Marcel, die mir nicht mehr horas. Wenn du mich nicht mehr an, lass wie die Knie in der Knie in der Knie. Ich gebe das.